Herzlich willkommen zu Amnesty Aktuell, der monatlichen Radioshow der Freiburger Amnesty Hochschulgruppe. Mein Name ist Juliane und ich sitze hier im Studio mit Charlotte, Chiara, Lorena, Anna, Lena und Matti. In unserer heutigen Sendung wollen wir einen Blick zurück auf das beinahe vergangene Jahr 2016 werfen. Welche Menschenrechtsthemen haben uns in diesem ereignisreichen Jahr besonders bewegt? Und welche werden uns auch 2017 noch begleiten? Wir wollen uns heute auf die exemplarische Darstellung der Situation in drei Ländern konzentrieren, die im vergangenen Jahr aus den Nachrichten nicht wegzudenken waren. Dies sind Syrien, die Türkei und Griechenland. Freuen könnt ihr euch schon jetzt auf einen interessanten Studiogast zum Thema Griechenland. Außerdem erwarten euch wie immer aktuelle Amnesty Nachrichten aus aller Welt, Deutschland und auch hier aus Freiburg. Zu Beginn der Sendung wird sich nämlich die Freiburger Stadtgruppe von Amnesty in einem Interview vorstellen. Gegen Ende wollen wir außerdem unsere kommenden Veranstaltungen ankündigen, zu denen ihr herzlich eingeladen seid.